Willkommen zum Tuning des Hot Rod Hub 1 auf Street. Diesen Wagen bekommt ihr, wenn ihr alle Fackteile im mittleren Westen findet. Fangen wir gleich mal an. Vorderer Stoßfänger. Okay. Mit so einem Koffer vorne noch dran, sieht man ja gut. So, welchen nehmen wir? Nehmen wir den hier oder den? Nehmen wir mal den. Hinten. Wieder mit Ersatzreifen. Okay. Fetter Auspuff hinten. Gehen wir mal den hier. Genau, der sieht krass aus. Nehmen wir den. Hier gibt es sogar mal Kotflügel. Dann nehmen wir sie einfach mal. Hinten dann auch, oder? Jawohl. So, Seitenschweller. Okay, ich sehe es gerade nicht. Hier sieht man so ein fettes Brett, wo man sozusagen drauf treten kann, dass man höher rein kann. Ich nehme einfach das jetzt mal. Ja, das andere hätte man auch lassen können, aber ist jetzt ja egal. Hinten gibt es nichts. Motorhaube. Okay. Carbon gibt es auch wieder. Nicht schlecht. Nehmen wir den hier. So, das war es jetzt mit der Karosserie. Schauen wir mal, was der für spezielle Felgen hat. Okay, ja, mir gefallen die Roten mit den Schädeln so gut. Obwohl wir jetzt nicht unbedingt montieren. So, schauen wir uns nochmal die Farbe an, dass wir jetzt so eine schöne Farbe jetzt noch haben. Okay. Nice. Mama eloxiert. Okay, ja, das sieht ganz cool aus. Gehen wir mal in den Demo-Modus. Jawohl. Da haben wir ihn. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Die nächsten Hot Rots werde ich natürlich auch reinstellen. Und weitere Tuning-Videos kommen ebenfalls. Okay, ciao!